Ich werde mich nicht zurückhalten. Koichi ist im Eishockey-Team, das die Landesmeisterschaft gewonnen hat. Ich erinnere mich an unseren Wettlauf. Oh je, Satoru tritt gegen Koichi an. Los, Kayo, willst du deinen Schatz nicht anfeuern? Jetzt steh da doch nicht so rum. Kannst du gewinnen, Satoru? Ich laufe so schnell ich kann. Gut, ich drück dir die Daumen. Okay, auf die Plätze. Fertig. Verdammt! Super, Superwert! Soichi, was soll das werden? Bring dich an! Mann, du bist echt schnell. Satoru hatte bestimmt einen Fehlstart. Was soll ich tun? Hätte es einen Sinn, dass ich gewinne? Er nimmt jeden Tag ein hartes Training auf sich. Er sollte gewinnen. Geschafft! Seht ihr, Koichi ist eben doch der Beste. Das war klasse. Das war ein ganz schön spannendes Kopf-ein-Kopf-Rennen. Oder, Kenia? Hey, Satoru! So blöde Typen wie dich kann ich auf den Tod nicht ausstehen! Alles okay? Das war ganz schön knapp. Schnauze! 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 Schnauze!